grüßt euch ich hatte heute mal die spontane idee man overnighter zu machen weil heute soll es nicht regnen und die nächsten tage sollen wohl beschissen werden mit sturm und gewitter und haste nicht gesehen habe ich mich spontan entschieden noch mal los zu gehen es ist leider schon 16 uhr immer wieder nicht in schweiß gekommen bis ich meinen krempel zusammen hatte hatte nicht habe natürlich auch wieder was vergessen ich habe natürlich mein tisch mit genommen aber mein klappstuhl habe ich nicht mitgenommen aber gott sei dank liegt ja hier jetzt baumstamm da kann man auch drauf sitzen ja einigen von euch die mein hängematten video schon gesehen haben wird bestimmt auch wahrscheinlich auffallen dass das der gleiche ort ist weil ich hatte nicht groß lust ist noch was neues zu suchen und hier weiß ich dass ich meine ruhe habe ja dann werde ich jetzt langsam mal aufbauen ich habe wieder die hänge night cat hängematte mit aber diesmal werde ich oben ohne übernachten also unter freien himmel nur unter dem moskitonetz weil doch schon einiges an fliegen wieder unterwegs sind und ich weiß nicht irgendwie mögen die mich na gut dann werde ich so langsam mal anfangen aufzubauen ja und dann sehen wir weiter habe ich mal wieder verkehr kommen gemacht wenn ihr den genauen aufbau mal sehen wollt dann könnt ihr euch gerne das erste hängematten video von mir angucken das werde ich euch hier oben mal verlinken da sage ich natürlich auch was dazu jetzt noch mal damit anfangen wäre blödsinn das gestänge das mache ich natürlich rein weil sonst muss ich eine extra ritschlein aufhängen für das und das wird blödsinn meine wozu habe ich das fliegen aber auch schon wieder rum die flieger mal gucken wie ich nachher wieder zerstochen bin ich habe mich zwar eingesprüht aber so richtig interessieren tut das so viel ja nicht das war's und was ich ja schon erwähnt habe in der ersten video ist durch das gestänge ist natürlich der schwerpunkt immer sehr hoch das heißt bitte hält sich da muss man leben man kann es abspannen aber ich bin mal wieder zu faul so als schlafsack nehme ich heute mal einen den habe ich noch nie ausprobiert den habe ich in meinem ausrüstungszimmer gefunden den habe ich glaube ich mal von aldi gekauft ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau weil meinen dicken von anaconda wenn ich den da rein tue dann passe ich nicht mehr rein und ich hoffe dass der reicht die nacht soll es zwischen 16 und 18 grad sein das ist eigentlich wohlfühltemperatur aber wir werden sehen ob das denn reicht der komfortbereich soll 5 grad sein 5 grad was ich nicht glaube ich glaube man wird wahrscheinlich auch 10 grad schon bei dem dicken das war erst mal das da der schlafsack zu sind ist werde ich noch ein ander kalt unterschnallen das ist noch nagelneu ihr seht ist noch nagelneu nehmt man eigentlich für winter aber ich bin nefrostebeuler und dann probieren wir das ding jetzt einfach mal aus schaden kann es jedenfalls nicht ist auch wieder ein Kommerzlar schluck ist von On Tigres so nochmal gucken wie das funktioniert für die hängematte durch das gestänge ist das ding nicht geeignet mal wieder leer geld so so das ist so 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 grüßt euch mache hier gerade ein bisschen reine weil ich mir heute abend ein paar bratwürste mal ein bisschen was anderes so wichtig ist also ich mache es so sieht zwar noch neu aus wo das ist schon die zweite das ist eine brandschutzmatte es geht ja jetzt bald wieder die saison los wegen der trockenheit es hat ja auch nicht viel geregnet meine die erde ist zwar nass aber besser ist besser so und dann habe ich hier also keine angst ich will jetzt hier nicht kuchen backen das ist meine mobile feuerstelle also ich habe sie schon gebraucht ist nicht mehr neu für outdoor super 1 ist manko sie ist silber sie wird gesehen also ich hoffe dass sie nach einer zeit ganz schön schwarz wird ich werde sie dann auch nicht mehr groß putzen weil lackieren bringt nichts dann brennt wieder weg und so spare ich mir steine suchen und hast du nicht gesehen und das ding wie gesagt ist klein hat hier auch so füße steht also nicht direkt auf dem boden und einfach nur ausklappen das ist eigentlich alles zeigt sie noch mal richtig das sind alles so scharniere und klappt man einfach so zusammen und hier sind die füße die kann man auch ab machen muss man nicht aber ich finde es besser wenn es nicht direkt auch kontakt zum boden hat und dann stellt man die einfach nur so hin das ist schon alles ja dann zeige ich euch mal ich hole euch mal ein bisschen näher ran so und zwar dieses kleine dingelchen ist kein prügel soll man ein grillrost kann man hier hinten aufdrehen dann hat man hier das gestänge dann hat man hier zwei stück mit zwei griffen und gewinde und jetzt muss ich erst mal selber schauen ich habe es zwar schon mal ein paar mal benutzt so rum dreht man hier rein falsch dann hat man schon mal das grundgestell und hier steckt man jetzt die stäbe rein alle nach dem anderen das schöne ist dass man die stäbe hinterher wenn man gegrillt hat wunderbar sauber machen kann man braucht nur ein bisschen wasser und lappen zieht die eimer durch den lappen und gut ist also das ding habe ich jetzt zweimal benutzt und man sieht eigentlich nichts so es ist und so man könnte es jetzt auf den tisch legen und zusammenbauen aber warum einfach wenn es schwieriger geht so und wenn die drinnen sind dann dreht man jetzt hier hinten zu damit sie nicht wieder rausfallen können so das ist alles dann haben wir hier noch füße so und fertig ist der grill wenn man jetzt noch die matte umknickt so ein bisschen damit man kontakt zum boden hat hat man natürlich auch die möglichkeit stufenlos einzustellen wie weit die bratwürste von der vom feuer weg sein soll indem man so einfach tiefer setzt rein drückt und schon hat man eine höhere temperatur oder eben man zieht es wieder raus so das ist heute mein grill und wie gesagt die schale ist natürlich auch als feuerschale zu benutzen so dann bis gleich ich liege mal probe es ist herrlich sagt mal ehrlich meine gut das ist jetzt ein bisschen milchig weil ich durch ein moskito netz filme aber so morgens aufzuwachen ist doch herrlich oder um nichts in der welt würde ich das gegen eine weiße decke von einem hotelzimmer eintauschen ich freue mich schon auf heute nacht nein um nichts in der welt würde ich ein hotelzimmer dafür eintauschen aber wie gesagt das ist geschmackssache ich bin hier gerade am feuerholz zusammensuchen habe auch reisig aber das ist leicht zu finden liegt nämlich genau an meinem platz also reisig habe ich genug und trockenes holz sieht auch sehr gut aus also das ist sehr gut und es liegt auch alles in meiner unmittelbaren nähe das heißt ich brauche jetzt auch nicht so ein riesen vorrat anzulegen ich kann die jederzeit losgehen der ist noch zu gut aber der hier der ist ja knochentrocken ich bereite jetzt schon langsam mal den feuerstarter vor ich benutze dafür kinspan ja ich weiß er ist gekauft ehrlich gesagt habe ich keine lust kinspan zu suchen erstmal ist es glückssache und zweitens eine schweine arbeit den rauszuhebeln ich nehme den hier kostet 3 euro und hält auch lange warum kinspan weil ich natürlich mit feuerstahl das feuer anmache weil mit feuerzeug kann jeder machen wir mal kleine späne kann man nämlich schöne locken machen und hier ist auch die stelle oder kinspan richtig gutes der ist voller öle und der brennt auch wenn er nass ist natürlich könnte man auch birke nehmen aber ehrlich gesagt ich habe hier noch nicht eine birke gesehen geschweige denn totholz weil birkengründe von einem gesunden baum zu schneiden ist ein absolutes no go es sei denn es wäre jetzt in einer notsituation dass man feuer haben muss um nicht zu erfrieren aber wer das macht ohne not ist ein idiot weil das ist schließlich eine verletzung vom baum und er muss unheimlich viel investieren um die runde wieder zu schließen und das macht man einfach nicht ich habe dann hier noch so getränkte bindfäden die nehme ich auch noch dazu ja und dann wird es entzündet und anschließend kommt der reisig drauf und dann müsste es normalerweise brennen brennen schon ein bisschen viel aber egal wir haben es doch so das soll reichen so dann ist das schon mal vorbereitet wie gesagt kinspan kennt ja wohl jeder das ist praktisch holz in dem sich die ganzen harz und öle gesammelt haben und das brennt wie zunder aber jetzt ist noch ein bisschen früh um feuer anzumachen aber zumindest schon mal vorbereitet das lege ich dann hier aufs holz entzünde es und lege es dann in die feuerschale so ich habe mir in der zwischenzeit noch so einen kleinen ständer gebaut damit ich meine lampe aufhängen kann mein kleine kleines lebensche die aber sehr gut ist so habe ich dann noch mal ein bottig zum kaffee wasser machen hingehängt hier hängt dann noch meine kopflampe das kopfteil für die kamera so habe ich alles griffbereit ja das ist jetzt so man ist tisch so jetzt werde ich erstmal ein bierchen trinken und mal kurz genießen ich hoffe ihr habt auch eins offen ja sehr gut ja wenn ich immer das so sehe hier so ein loch damit man die dose rein stellen kann oder was anderes weil wenn man jetzt mal ein bisschen im dunkeln mal auf steht liegt die scheiße gleich auf dem boden das wäre nicht schlecht aber naja mal sehen vielleicht traue ich mich ja noch mit der lochsäge ein loch rein zu sägen aber ich weiß nicht ob dann die stabilität kaputt geht naja wir werden sehen wieder ein sportflugzeug ja ich bin hier ungefähr sieben kilometer von einem sportflughafen weg da springen sie auch mit fallschirm und gleitschirm da ist auch eine schule ich meine es ist jetzt nichts besonderes das ist ein ganz kleines wald stück ich kann hier auf die felder gucken ich sehe auch noch bauern die hier mit ihren treckern rum fahren aber das ist völlig egal es ist ein wald ich sage immer ab 20 bäume ist es in welt und das reicht mir eigentlich schon ich bin jetzt nicht so der typ der an die see muss meine freunde wissen dass wenn ich an der küste irgendwo bin das dauert zehn minuten dann habe ich kopfschmerzen von diesem blöden wind wie gesagt also für mich ist die nummer eins wald braucht nicht groß sein meine beim ersten video von der hängematte habe ich ja gesagt dass hier hinten die autobahn ist aber das ist mir auch völlig wuppe hauptsache wald ja ich habe das heute mittag spontan entschieden denke schönes wetter die nächsten tage soll es beschissen werden gehst du noch mal in wald und ich dann meinen ganzen krempel zusammen gesucht habe es ist die ganzen kameras und hast du nicht gesehen ja da braucht man eben eine zeit dann brauchte ich natürlich auch noch ein bierchen obwohl ich überhaupt kein biertrinker bin komischerweise also die paar bierchen im jahr ich würde noch nicht mal einen kasten zusammen kriegen aber hier schmeckt es im welt ist sowieso also auch das selbstgemachte essen schmeckt im welt besser als zu hause ist wahrscheinlich ein bildung aber ist so ich bin schon wieder am ölen ja morgen sollen es ja 30 grad werden und spiel und dann sollen die gewitter kommen also mal sehen wie lange ich morgen früh bleibe aber eigentlich bis 12 mit sicher ich wollte es morgen früh ganz entspannt angehen verrecke du ars aber bald ist schon was schönes ich freue mich auch heute nacht ohne abdeckung dass man dann schön in die bäume gucken kann ich hoffe es regnet nicht wirklich aber es glaube ich nicht und wenn doch dann ruckzuck ist das ding aufgestellt ja es sollen so zwischen 16 und 18 grad die nacht habe ich ja schon gesagt also angenehm ach so apropos nacht ich habe was beim schlafsack gesehen das ding ist auf beiden seiten offen das heißt es ist ein schlauch ich habe geguckt da ist kein reißverschluss dass man eine seite zumachen kann also man könnte das ding auch aufmachen als decke benutzen aber das ding kann man unten an den füßen nicht zu machen ich habe mich schon wieder geärgert weiß gar nicht warum ich das ding gekauft habe das wirklich nur ein schlauch das heißt heute nacht gibt es kalte füße oder ich muss das irgendwie unten zusammenbinden ich habe da kordeln gesehen dass man das zusammen machen kann aber dann ist das ding noch kürzer wie soll ich denn da liegen in embryonalstellung ist doch mist also das ding ist schrott kann man vielleicht als decke benutzen aber jetzt da nur eine decke das wird wahrscheinlich von unten ein bisschen kühl werden aber ich werde es sehen naja ich meine mein auto steht jetzt nicht so weit und ich habe noch einen schlafsack im kofferraum ich könnte wechseln aber ich werde das ding ausprobieren und wenn es gar nicht geht dann stolpere ich eben heute nacht zum auto aber ausprobieren werde ich es ja und dann mal gucken werde ich das ding wohl verschenken weil was soll ich mit einem schlauch eins zum vorteil ist wenn man nachts pipi machen muss man muss nicht aus dem schlafsack raus man bleibt einfach drinnen die füße sind ja unten sind ja frei dann kann man mit dem schlafsack durch die buddlik laufen pipi machen und ins schlafsack wieder zurück hat auch einen vorteil aber ein schlafsack ohne boten verstehe ich nicht da habe ich wieder nicht richtig geguckt was ich da gekauft habe ich meine ich hätte den damals mal von aldi gekauft ich habe den ja schon eine weile liegen so was blöden schlauch aber naja ich wollte ausprobieren dann muss ich da auch mit leben wenn nicht hole ich den anderen aber versuchen werde ich es auf alle Fälle und dann mal gucken ob ich eine verschenke man kann die ja aufmachen als Decke benutzen das kann man ja auch noch machen mal sehen behalten wir ihn nicht wird schon jemanden finden der eine haben will so jetzt halte ich erstmal die gusche und genieß erstmal mir fehlt mein stuhl kriegt mir quesen am hintern auf dem stamm naja ihr müsst mir jetzt ja nicht dazu gucken wie ich mich hier entspanne wir sehen uns später ich bin es wieder ich wollte euch mal diesen komischen schlafsack mal zeigen also so liegt man da drin ja wie gesagt der ist unten offen es ist kein reißverschluss vorhanden also ich glaube ich hole mir den anderen schlafsack weil ich meine ist es natürlich praktisch ne man könnte jetzt nachts pipi machen gehen zack hüpfen kurz runter hoch und ab wieder in eine Hängematte in eine Hängematte ach man ich weiß es nicht es ist kein Reißverschluss dran ich meine wenn ein Reißverschluss wäre wäre natürlich gut dann kann man zumachen und aufmachen oder man kann mit dem Ding zum Beispiel auch am Lagerfeuer sitzen wenn es kälter ist oder überhaupt weil man kann ja laufen aber ich weiß nicht hm na wir sind zwar komische Kordeln dran aber wie gesagt unten einfach zuschnüren ist auch nicht das gelbe vom Ei naja ich werde es mir nochmal überlegen würde ich mal sagen setzen wir mal an das war ja klar beim ersten Mal klappt es nie meistens jedenfalls bei mir nicht so jetzt mal ein bisschen reißig wenn ich jetzt jetzt wir haben wir haben wir haben wir haben wir auch wir haben wir haben wir wir Ja, klar. Ach, so ein Feuer ist immer wieder herrlich. Aber ich glaube, das geht allen so. Zumindest den Männern. Ich meine, wir Männer haben die Gabe, wenn ein Feuer brennt, wir haben ein Bier in der Hand, können wir stundenlang davor sitzen und ins Feuer gucken. Wir müssen noch nicht mal was sagen. Es ist schon komisch. Ist wahrscheinlich noch von früher. Also diese Feuerschale ist echt super. Man muss nicht muddeln, man muss keine Steine suchen. Es ist kein direkter Kontakt zum Boden. Aber man muss da so sehen, wenn man jetzt einen Steinkreis macht und direkt auf den Boden, die Hitze, die steigt ja in den Boden rein. Und alles, was keucht und fleucht, wird durch die Hitze abgetötet. Also es dauert unheimlich lange, bis an der Stelle wieder was wächst. Geschweige denn irgendwelche Organismen sind. Gut, es wird natürlich jetzt durch die Matte trotzdem warm. Aber auf alle Fälle weniger, als wenn man es direkt macht. Also das Holz ist echt gut. Ist echt trocken. Hat natürlich nicht so einen tollen Brennwert. Man muss echt oft was nachlegen. Mal ein bisschen Zunder. So, jetzt werde ich jetzt mal ein bisschen was nachlegen, dass eine schöne Glut entsteht. Und da kommt dann Holzkohle drauf. Also Kokoskohle. Die hat natürlich den Vorteil, dass sie nicht so räuchert und unheimlich lange hält. Man könnte jetzt die Bratwurst auch über offenen Feuer machen. Aber ich finde, sie schmeckt dann immer ein bisschen merkwürdig. Ich mache es lieber über Kohle. Naja, ich werde mich jetzt mal ein bisschen im Feuer kümmern. Und dann sehen wir uns später. Aber ich glaube, ich werde noch mal losgehen und noch mal ein paar dickere Äste besorgen. Dieses Kleinkram ist ruckzuck weg. Und wenn ich da jetzt so zwei, drei Dicke drauflege, dann habe ich auch genug Glut. Und dann kann schon die Holzkohle drauf. Gut, das Feuer ist jetzt nicht besonders groß. Aber muss es das unbedingt? Muss man da unbedingt, was weiß ich, ein Meterbreites Ding haben? Braucht man noch gar nicht. Und ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, legt eine Brandschutzmatte unter. Das ist handelsübliche Schweißmatte. Die kriegt man in jedem Baumarkt. Oder kriegt man auch im Internet. Die kostet vielleicht ein Zehner, vielleicht 15. Aber die Dinger, die halten ja ewig. Und man ist auf der sicheren Seite. Und ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Förster kommt oder ein Jäger und erwischt einen wirklich mal und der kommt hierher und sieht das mit einer Matte, mit so einer Feuerstelle, das macht doch schon wieder einen ganz anderen Eindruck. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir so einen kleinen Feuerlöscher kaufe und den immer mitnehme. Und falls wirklich mal einer kommt, ich meine, was soll der denn sagen? Gut, es ist verboten. Machen wir uns nichts vor. Offenes Feuer ist im Welt verboten. Aber wenn die sehen, eine Matte, eine Feuerschale, daneben steht ein Feuerlöscher. Ich meine, vielleicht drücken sie dann auch mal ein Auge zu und sagen, ja, pass auf, mach weiter, aber verlass den Ort sauber. Und das mache ich sowieso. Ich habe eine Mülltüte dabei und morgen früh packe ich alles ein und mache das auch wieder alles zu. Also man wird gar nicht sehen, dass ich hier war. Und so muss es ja auch sein. Gut, es gibt immer ein paar Krachlatten, die nehmen sich wie die Axt im Walde auf Deutsch gesagt. Nur hinterher sieht es aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen ist. Und die Natur braucht natürlich auch eine Weile, um das wieder zurecht zu machen. Und das Wichtigste ist, ich werde das Feuer jetzt auch ein bisschen runterbrennen lassen und gehe dann erst los und hole Holz. Weil grundsätzlich lässt man ein Feuer nie alleine. Wenn man zu zweit ist, ist es kein Problem. Einer passt auf und einer geht Holz holen. Aber wenn man da jetzt, was weiß ich, so ein Feuer hat, dann geht man nicht los und sucht was. Es braucht nur mal ein feuchtes Stück Holz sein und ein feuchtes Stück Holz weiß ja jeder, dann knallt das mal, dann fliegt was weg und dann brennt hier der Welt ab. Also wie gesagt, ein Feuer niemals alleine lassen. Ich habe einen Liter Wasser, den kann ich notfalls zum Löschen nehmen. Und wenn man das dann abends ausgehen lässt, wartet man wirklich, bis nur noch Glut da ist. Und am besten ist es natürlich, man löscht es. Aber ich sage, das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil Feuer ist nun mal gefährlich im Wald. Gerade bei der Trockenheit. Ich meine, das ist ja wirklich alles furztrocken. Da braucht nur was rausspringen und schon werden die Hütte. Wie gesagt, also Feuer niemals alleine lassen. Aber wem erzähle ich das? Wer solche Videos guckt, der hat das mit Sicherheit schon mal gemacht. Und wie gesagt, Sicherheit hat Vorrang. So, jetzt wird es langsam runter. Jetzt ist es auch fast nur noch Glut. Dann kann ich gleich noch mal ein paar dicke Stöcker suchen. Ich brauche nicht mal weit gehen. Wir liegen ja im Umkreis von 10 Meter, überall Holz. Aber wie gesagt, mir ist es lieber, wenn ich warte, dass nichts mehr passieren kann. Weil jetzt ist Glut da. Ich brauche nur Holz draufschmeißen, dann ist das sofort wieder da. Und 30 habe ich hier ja ohne Ende. Hier kann ich wahrscheinlich noch 30 Lagerfeuer machen. Na gut. Dann sehen wir uns mit Sicherheit gleich wieder. Wenn dann die Holzkohle drauf ist und dann gibt es Bratwurst. Ich habe nämlich so langsam Hunger. Also bis denn. So. Das Feuer ist jetzt runtergebrennt. Die Kohlen glühen auch schon. Ist ja noch nicht ganz durch, aber ich glaube, das funktioniert. Oh ja. Mal drei Stück esse ich hundertprozentig. Uh. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist so schön. Dreck scheuert morgen. Schön grillen. Die Vögel zwitschern. Was will man mehr? Gut, das kann man auch im Garten machen. Aber das ist wieder was ganz anderes. Da sitzt man dann auf dem kultivierten Rasen oder auf der Terrasse. Aber das hier ist was ganz anderes. Und wie gesagt, in der freien Natur schmeckt es noch mal so gut. Na ja, dann werde ich erst mal abwarten. Und wir sehen uns bestimmt gleich wieder. Na ja. Die sind ein bisschen angebrannt, würde ich sagen. Aber das macht nicht. Die sind fertig. Dann wollen wir mal ein bisschen was Verschmackofatzen. Bierchen dazu. Senf habe ich mit. Dann wollen wir mal gucken, ob es schmeckt. Schön mit Senf. Wie es sich gehört. Hm. Sehr gut. Na, ist echt merkwürdig. Dass sowas in der Natur immer besser schmeckt. Ja. Hätte mir vielleicht einen Nudelsalat oder sowas mitnehmen sollen. So ganz pur. Aber wenn ich die aufgegessen habe, dann mache ich mir noch einen schönen Kaffee. Und dann lassen wir den Abend ausklingen. Ich melde mich dann später wieder, wenn ich aufgegessen habe. Ich bin wieder da. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin noch mal zum Auto gegangen und habe noch mal einen Kofferraum noch mal durchwühlt. Ich habe unten eine Decke drin gelegen. Und da habe ich meinen Stuhl gefunden. Jetzt hat man verwöhnt, dahinter wieder was zu sitzen. Ich wusste auch, dass ich den eingepackt habe. Ich habe den eigentlich immer im Auto, weil er ja so schön klein ist. Der nimmt ja keinen Platz weg. Ja, und weil er so klein ist, hat er sich unter die Decke gemogelt. Und ich dachte, ich hätte mir nicht mit. Jetzt brauche ich wenigstens nicht mehr auf dem Baumstamm sitzen. Man, ich bin aber auch ein verwöhntes Balg. In der Zwischenzeit habe ich mir heißes Wasser gemacht. Kocht auch schon. Jetzt mache ich mir noch einen schönen Kaffee. natürlich wieder Fertig-Kaffee 2 in 1. Spare ich mir die Milch mitzunehmen. Und so schlecht schmeckt er ja auch gar nicht. Wenn wir da jetzt so eine Outdoor-Kaffeemaschine da holen, wie so ein Bottich, den man heiß macht und dann runterdrückt oder wie das funktioniert, brauche ich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer. Umrühren. So, dann den wie sagt man so schönen Feierabend-Kaffee. Ah. So, ich bin es noch mal. Also es wird jetzt so langsam, schnell dunkel und dann werde ich mich einfach mal verabschieden für heute. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Es sei denn, es passiert heute Nacht irgendwas. Aber es glaube ich nicht. Also dann, bis morgen früh. Gute Morgen. Wie ihr seht, trinke ich schon meinen Morgenkaffee. Es ist 20 nach 6. und den Kaffee habe ich hier mit meinen Spirituskocher gemacht, weil ich nicht mehr das Feuer anmachen wollte. Fazit von der Nacht. Ich habe beschissen geschlafen. Das mit dem Underkill, das habe ich gestern Abend noch mal nachgezogen. Das war zu schlaff. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich war mit dem Hintern richtig in dem Underkill drin. Es war auch noch Luft zwischen. Ja, aber ich habe beschissen geschlafen. Dieser Schlafsack, er hat funktioniert. Ich habe auch nicht gefroren, aber vom Stoff her ist er so unangenehm, dass man, dass man irgendwie, ich kann man schlecht beschreiben, das ist so, es hat alles geklebt. Also ich muss sagen, das Ding benutze ich nicht wieder. Also das nächste Mal nehme ich wieder meinen normalen Schlafsack. Also das Ding kann man vergessen. Sonst, es war eigentlich so ganz ruhig, bis auf einmal, das war nachts um zwei, da ist hier ein Auto zweimal lang gefahren. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, weil ich bin in der Nähe von Kanal. Da wird auch geangelt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das einer von Anglervereinen war, der kontrolliert hat, ob hier einer schwarz angelt. Aber wie gesagt, er ist zweimal hin und her gefahren. Ich habe mich ruhig verhalten. Es ist sonst nichts passiert. Sonst bin ich mit meinem Equipment wieder zufrieden gewesen. Die Hängematte ist echt super. Und morgens aufzuwachen mit Vögel gibt es Witscher und man guckt oben in den Himmel unter den Bäumen. Also das ist wirklich schön. Meine Feuerschale habe ich schon sauber gemacht und mein Grillrost habe ich auch schon wieder zusammengebaut. Ich habe die Stäbe nur kurz mit einem feuchten Lappen abgeputzt. also wie neu und wenn man das eigentlich jedes Mal macht, ist das Ding immer sauber. Wenn man jetzt immer nur zusammenbaut, dann ist das Ding natürlich ruckzuck verdreckt und dann kriegt man es kaum noch sauber. Ich werde euch so die ganzen Sachen, die ich benutzt habe die Nacht, werde ich euch alles mal verlinken, falls euch das interessiert. es ist kein Werbevideo. Ich habe mir das alles selber gekauft. Ich habe keinen Sponsor oder sowas. Ja, mittlerweile wird es immer mehr. weil irgendwie bin ich Ausrüstungsfetischist. Also wenn ich mal ein Ausrüstungszimmer sehe, das ist schon ganz schön voll. Ja, jetzt werde ich so langsam wahrscheinlich nochmal einen Kaffee trinken. Meine Feuerstelle habe ich alles schon wieder zugemacht. Das sieht aus, als wenn gar keiner da war. Und wie gesagt, mit dieser Brandschutzmatte, das ist echt super. Es verbrennt nichts. Und wenn man jetzt da so einen Steinkreis macht, der Boden ist verbrannt und man sieht es doch, dass jemand da war. Und wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Stock wieder das Laub schön verteilt. Merkt man gar nicht, dass ich hier war. Mein Müll nehme ich natürlich alles mit. Das ist also wohl selbstverständlich, weil ich möchte eigentlich nochmal hierher kommen. Also die Stelle ist eigentlich super. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ich ein Like bekomme. Und wenn ihr abonniert, wäre natürlich noch besser. Dann weiß ich wenigstens, dass es euch gefallen hat und den Aufwand, den ich mache mit zwei Stativen und zwei Kameras, dass sich das auch lohnt. es macht ja auch unheimlich Spaß zu filmen. Bin sowieso so ein Technik-Heini. Ja, jetzt werde ich nochmal ein bisschen den Morgen genießen. Es war ein bisschen frisch heute Morgen, habe auch Jacke angezogen, aber jetzt werde ich nochmal ein bisschen genießen, noch einen Kaffee kochen und dann werde ich so langsam mal meinen Gedöns zusammenbacken. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!